Hallo und herzlich willkommen hier aus dem Synchronstudio zum wunderbaren Animationsfilm. Ferdinand geht stierisch ab und ich habe das große Vergnügen, die Hauptrolle sprechen zu dürfen und zwar ihn hier, Ferdinand. Man sieht mich und denkt, groß, furchteinflößend. Man denkt, wenigstens ist er nicht im Porzellanladen. Entschuldigung. Ben ist auch mit dabei. Hallo, ich bin Ben und ich spreche Paco. Der Paco und der Ferdinand, die nennen sich Ken auf einer Farm. Ein Hund kann nicht der Bruder von einem Stier sein. Das wäre total schräg. Wirklich? Und wieso wedelt dann dein Schwanz, wenn ich dich Bruder nenne? Bruder? Hey, aufhören. Ich bin Simon Schwarz und ich spreche Franz in diesem Film. Und Franz ist ein fescher Lippizano. Hier, ich gebe dir mal weiter. Dankeschön. Der kleine Ferdinand. Ich bin der kleine Max und ich spreche Valiente. Und Valiente ist der Gegenspieler von Ferdinand und Valiente wollte schon immer Kampfstier werden. Bettina? Oh, hier bist du ja noch ein Baby, Ferdinand. Hallo, ich bin Bettina Zimmermann und ich spreche die Ziege Elvira. Sie ist nicht gerade die Hellste, aber sie ist nie um einen Kommentar verlegen und sehr schlagfertig. Und diese Naivität und diese Ehrlichkeit machen sie besonders liebenswert. Ich kann es kaum erwarten, dich den anderen vorzustellen. Die werden den ganzen Hof düngen. Und wen sprichst du? Vielen Dank Bettina. Ich bin Steven Gethin und ich spreche den Tierfänger. Ich bin derjenige, der Ferdinand dann sozusagen an die großen Männer abliefert, die ihn dann in die Arena schaffen. Und uns, hört ihr alle, in Ferdinand geht stierisch ab, ab dem 14. Dezember nur im Kino.